ja Leute es geht wieder weiter und diesmal habe ich nicht gecheatet wir gehen jetzt wieder weiter ich mache heute noch einen Part zu diesem und den anderen Part und dann werde ich wahrscheinlich abbrechen und hier bei den Venn die man starb da sind immer vielmehr bläde fühlt man schwer spüre mein Schwert also die Herzen das heilt einfach also das lohnt sich ab und zu ein paar Menschen zu töten oh ich hab bald Hunger oh perfekt oh oh jetzt ist das aggressiv ich kämpfe lieber für die Samo wow und wir haben unsere Rüstung perfekt aber das gibt ihr nur ein ganz Herz und ihre Herzen und den töten wir auch noch ein aggressiv aggro sozusagen und redstone schon jetzt wunderbar ok gehen wir wieder rein es sind wieder Zombies gleich draußen ja okay jetzt haben wir das schon ein bisschen erweitert das ist mir die Äpfel und das Schweinefleisch hallo Leute wartet jetzt los ich muss diese dumme anstellung hier wissen ich dachte gerade ich nie ganz auf schon wie das ist weg ja ich muss für so oder so später auf ok toll das ist ja wunderbar d da hat er ist so lange ab bauen jetzt nur noch eine Werbung ich bin schon wo geht's denn den ersten zu Penny das ist so dumm die Werbung aber voll witzig öhm verdammt da war Keys mein Name ist Cap Capin Keys wer diesen Namen bei Kank vorkommt kann ich ihm ein bisschen weiterhelfen Halo 1 anniversary und Reach er müssten da sein Namen wohl kennen den kenten auf von der pill auf ort wo ich es war es ist es halt hey wir haben schon wir müssen leuchten und wir haben es beleuchtet ich bin fast da vorsichtig ich bin fast da vorsichtig schon wieder nix kiefernholz und eichenholz ja weiter es gibt ja eigentlich nichts mehr zu tun so in der nacht gibt es gar angst zu tun ist ja satt ein schwert ist voll kaputt darf nur noch ein bisschen abzubauen verdammt bandit du kriegst mich nie jetzt hat das herzen nicht so einfach der schon großen feier hier gemacht das gelächter zombies endermans und die menschen sind schon wieder vergessen in der nacht kriege in die monster und die skelette sind gefährlich jetzt ich habe keine waffe mehr verdammt d wissen wirst du haben ja ob sie verletzt ich habe mich echt überrascht aber ja ich bin nicht super aktiv ziemlich und gleich ich glaube ich bin sowieso nicht komm doch du komm doch ich bin Vielen Dank. Oh, 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 oh. Warte, warte, ich habe gar keine Süßkeit für dich. Der DOSI-Juglichen! Oh, Vetter wartet. Ja, ich bin dann in diesem Part. Bis da!